Servus und herzlich willkommen. Heute schauen wir uns den Grundeckfernseher aus der VOE 73 Serie an. Schau gern in der Beschreibung für mehr Infos und wo du ihn kaufen kannst. Aber jetzt packen wir es. Also fangen wir mal mit dem Entwurf des Fernsehers an. Erster Eindruck, echt schick in schwarz. Das Teil bringt so 18,3 kg auf die Waage, also nicht gerade ein Leichtgewicht. Aber was willst bei der Größe? Mit einer Breite von knapp 145 cm und einer Höhe von 90,5 cm ist er schon ein mächtiges Stück in deinem Wohnzimmer. Tiefe hat er 32 cm, also passt er auch gut auf jedes Regal oder in die TV-Ecke. Und für die, die es gern an der Wand haben, passt auf, der Fernseher hat VESA 300x100 mm. Also Wandhalterung besorgen und rauf damit. Also ich sag's dir, der Bildschirm von diesem Fernseher, da bleibt dir echt die Spucke weg. Mit seinen 65 Zoll ist das echt ein Brummer, der jede Wand in ein Kino verwandelt. Die Auflösung ist mit 3840x2160 Pixeln reine Oberklasse. Da siehst du jedes Detail, als wärst du live dabei. Die Bildqualität? Einfach der Hammer. Mit Dolby Vision und HDR10 Plus kommen die Farben und Kontraste so richtig zur Geltung. Es ist, als würdest du die Welt durch eine brandneue Brille sehen. Jedes Bild, jede Szene wird so real, dass du glaubst, du kannst in den Fernseher reinlaufen. Dann haben wir da noch die Micro Dimming Engine. Die teilt dein Bild praktisch in Mini-Blöcke auf und passt alles perfekt an. Dunkle Szenen zu dunkel, hellere zu hell? Das war gestern. Heute kriegst du alles genau richtig. Und die Bewegung? Dank der speziellen Technologie von Grundig, da verwischt nichts. Alles klar und flüssig wie in echt. Für die Film- und Serienfans unter uns, das ist wie Weihnachten und Ostern zusammen. Die Farben, die Schärfe, alles top. Und dann diese Bewegungsqualität. Kein Ruckeln, kein Zucken, selbst bei den schnellsten Action-Szenen bleibt alles gestochen scharf. Und noch was. Die 4K Ultra HD Technologie. Das ist wie der Turbo für dein Fernseherlebnis. Selbst normale HD-Inhalte wirken plötzlich wie neu. Mehr Pixel, mehr Klarheit, einfach mehr von allem. Egal was du schaust, es sieht besser aus. Ganz ehrlich, das muss man gesehen haben, ums zu glauben. Jetzt zum Sound. Halt dich fest. Denn hier kommt was auf die Ohren. Dieser Fernseher, sag ich dir, der hat nicht nur ein Hammerbild, sondern auch einen Sound, der dich umhaut. Mit zwei Lautsprechern und satten 40 Watt Gesamtleistung bringt der 65 VE-73 deine Lieblingsmusik und die Soundtracks deiner Lieblingsserien richtig zur Geltung. Aber das ist noch nicht alles. Nein. Grundig hat da was eigenes gezaubert. Den Magic Fidelity Sound Algorithmus. Das ist nicht einfach nur Sound, das ist ein Klangerlebnis. Die Lautsprecher sind so angeordnet, dass du jedes Flüstern, jeden Ton, als wärst du mittendrin. Selbst bei leiser Lautstärke verpasst du nichts. Alles kristallklar. Und weißt du, was das Beste ist? Du brauchst keine extra Soundpower oder so etwas. Der Fernseher selbst liefert dir alles, was du brauchst, um in deinen Filmen und Serien abzutauchen. Jedes Detail im Sound, jede Nuance wird perfekt eingefangen. Einfach genial. So, jetzt wird's richtig interessant. Denn wir reden über Smart TV. Der 65 VE-73, meine Lieben, das ist nicht nur irgendein Fernseher. Nein, das ist ein smartes Biest. Dank Android-Betriebssystem bist du voll im Spiel. Alles, was du brauchst, direkt vor dir. Apps, Spiele, Streaming-Dienste, wie ein riesiges Smartphone an deiner Wand. Die Anschlüsse? Alles, was das Herz begehrt. Zwei USB-Ports für deine Fotos, Videos oder was auch immer. Drei HDMI-Anschlüsse für die Konsole, Blu-Ray-Player oder was du eben so anschließen willst. Und dann noch Antenne, Ethernet, CI-Slot, komplett ausgestattet der Gute. Aber halt, da ist noch mehr. Die Welt des Internets direkt auf deinem Bildschirm. WiFi und Bluetooth sind auch an Bord. Musikstream vom Handy? Kein Problem. Filme ohne Kabelsalat übertragen? Kinderleicht. Und die Bedienung? Ein Kinderspiel. Android 11 macht alles so einfach und intuitiv. Du wirst dich fühlen, als hättest du nie was anderes gemacht. USB-Recording, USB-Cloning, Timeshift, sag Hallo zur Flexibilität und Komfort. Nie wieder Ärger, weil du was verpasst hast. Mit diesem Fernseher bist du der Boss über dein TV-Programm. Echt jetzt, was will man mehr? Ich habe die Kundenrezessionen studiert und die negativen Punkte hervorgehoben. Timer-Einstellungen kompliziert. Nur Schnellanleitung beiliegend. Keine Standbild-Taste. Und hier ist, was den Kunden am besten gefallen hat. TV sehr leicht. Leichte Programmierung. Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Bildqualität sehr gut. So Freunde, das war's von meiner Seite. Zum Grundeck-Fernseher aus der VE-73-Serie. Schaut unbedingt in der Beschreibung nach, da findet ihr alle Links, um euch selbst ein Bild zu machen. Und hey, wenn ihr Fragen habt oder was loswerden wollt, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Hat euch das Video geholfen? Dann lasst doch ein Like da und abonniert den Kanal, damit ihr kein neues Video verpasst. Ich sag dann mal Servus und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Verunsichung. com Bis zum nächsten Mal.